Aber, ne? In dir können wir auch plümmeln. So, dann schauen wir mal, was war hier drinnen noch. Na okay, das schwert Theodos. Theodor muss eine Kühnheit und List mit sehr viel Wohlgefallen betrachten, Datana. Muss eure. Okay, Entschuldigung. Ähm, in solchen finsteren Zeiten ist die Vigilie auf Helden wie euch angewiesen. Ihr seid ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man durch Hartnäckigkeit jede Hürde überwinden kann. Die Götter waren sehr weise, euch in den Kreis der Wächter aufzunehmen. Ähm, Schwert, ne Axt, ne Dolch. Ist alles scheiße, boah. Oh, nehmen wir das. Beenden. Ein Hand Waffen haben wir, okay. So, dann diese Quest. Sonderbare Sucher. Wenn die Wächter dieses Buch haben wollen, dann muss es besonders mächtig sein. Wenn sie ein bisschen mehr gebetet hätten, ähm, hätte sie die Vigilie vielleicht davor gewarnt, uns in die Quere zu kommen. Schwert, Streitkolben, So, schon wieder? Das haben wir schon. Dann nehmen wir den mit. Beenden. Oh, guck mal. Hier ist noch eine Kiste, die ich plündern kann. Da ist zwar eine Strinne, aber wir nehmen sie trotzdem mit. So, und was hat gerade der eine hier gesagt? Oh, ich glaube, ich bin zu weit, ne? Sorry, aber ich musste, äh, Quests abgeben. Aber die ist echt merkwürdig, die Frau. Guckt euch diesen riesigen Kopf an. Das ist creepy. Das erinnert mich an irgendeinen Horrorfilm. Das klingt böse, aber es ist doch so. Also hübsch ist die Frau nicht. Achso, das ist einer von meinen. Ich meine, so auf dem Bildchen geht das hier. Und warum hat der eigentlich einen Pferdekopf? Also ich habe heute schon seltsame Leute in der Gruppe. Schon irgendwie alles sehr merkwürdig. So, jetzt müsste doch mein Questbaum auch schon. Was ist das? Das ist ein Kiefern-Gipfel. Nach Akkü. Das Niederlage. Faltet ihr davon, den Tank zu heilen? Das ist ein Kiefern-Gipfel. Hallo, mein hässlicher Echsenfreund. Hallo, Tank. Bitte einmal spotten. Du bist vor mir hier reingelaufen. Ich habe nur Damage drauf gemacht. Jetzt zieht ihr aber dann auch immer aus meinem AI raus. Ich meine, jetzt habe ich sie auch noch rausgeschubst, aber das ist was anderes. Ich habe schon wieder eine Lebensenergie bekommen. Also das machen wir dann wie gesagt immer, oder eben in Einstimmung, ist ja egal. Das machen wir dann immer zum Schluss. Was ist denn ein Boss? Ich kann glaube ich sagen. Siehst du, dass dieser Blutwandler ist. Ich meine, ich war zwar schon zweimal inzwischen hier, aber so wirklich viel habe ich von der Inni trotzdem nicht mitbekommen. Supi, endlich mal ein Stufenaufstieg. Der mir aber nichts bringt. Das da kann ich noch skillen und das da kann ich noch zweimal skillen. Wie soll ich denn hier 58? Ach, da sind noch 5. Was ist so mehr? Achso, äh, speichern. Bewirkt das Schadenfähigkeiten? Drei Ladungen beim Magier regenerieren. Passiert nichts. Oh, geht schon los. Was? Oder ist quasi schon fast vorbei. Ja, ich war mit Skillen beschäftigt. Ich gebe es zu, ich war abgelenkt. Das brauche ich nicht. Sag mal, wo willst du denn noch hin, Junge? Seltsam. Wann haben wir die eigentlich geedit? Wer weiß. Ne, also ich habe übrigens kein Problem damit. Die gleichen... Hey, wieso bin ich ein Häschen? Aber ich bin ein süßes Häschen. Dann darfst du die Wölfe ganz alleine kaputt machen, da ich ein Häschen bin. Bist du blöd. Bist du blöd. Na, kann man... Ne, kann man nicht mehr klicken. Also ihr seid schon ein bisschen blöd, ja? Ich meine, ich bin ein Häschen. Ich bin ein süßes Häschen. Aber wenn ich nicht kämpfe, kämpft halt auch mein Pet nicht. Äh, sowas finde ich übrigens uncool, ganz ehrlich. Das war schon ein WoW-nervig mit dem Zug und mit... Ups. Also mit dem Zug und den, äh... Diesen Partygranaten und so. Aber Leute in Häschen verwandeln, wenn man sich selbst... Wenn man selbst dann nichts machen kann, ist schon... Ah, ja. Das fordert halt einen ganz bestimmten Humor, den ich nicht besitze. Nein, ich... Es ist einfach nicht so meins. Gehe ich ganz offen zu. Finde ich sehr uncool. Aber naja. Ich meine, das kann man mal, wenn man in einer Stadt ist, ne? Dann kann man das mal machen. Dass man alle Leute in Häschen verwandelt. Da stört's nämlich nicht. Und Katze, hör auf, das Plastik von... Von den Wasserflaschen drumherum zu essen. Das ist total komisch. Die kaute extrem gerne drauf. Auf diesen... Wenn man so einen Sechser... Der ist ja meistens in so Plastik eingepackt, ne? Damit man die Sechser tragen kann. Und da kaut die unglaublich gerne drauf rum. Ich weiß nicht warum. Auch auf Müllbeuteln. Oder, oder, ähm... Weiß ich nicht. Alles, was irgendwie Plastik ist. So dünnes Plastik. Kaut's unglaublich gerne drauf rum. Und ich verstehe nicht, was der Reiz ist. Aber das muss ich, glaube ich, auch gar nicht. Sollte ich zumindest nicht, weil... Wir müssen hier hin. Okay, was macht das denn? Ist das irgendeine Quest? Hm, die Quest hab ich nicht. Super, ein starker Mana-Trank. Ohne den hätte ich jetzt nicht überlebt. Vielen Dank. Naja, egal. Er hat einen Einhornkopf. Warum? Ich meine, ich könnte jetzt auch fragen, warum nicht. Aber ich finde, in Innis kriegt man auch viel mehr von diesen Einstimmungspunkten als in, äh, beim Questen, oder? Bilde ich mir das ein. Weiß ich mir das ein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Eigentlich hat mir irgendwer gesagt, dass es heute kühler wird. Davon merke ich irgendwie noch nichts. Und es ist auch schon wieder 19 Uhr und es ist nicht wirklich... Ne, es ist 20 Uhr. Es ist 20 Uhr und ich merke davon nicht wirklich was. Vor allem habe ich einen Nachbarn, der gerne um Mitternacht mit geöffentem Fenster in den Innenhof heraus, wo es schön schallt, lautstark telefoniert. Ich meine, okay, ich habe auch eine laute Stimme und wenn ich aufnehme, dann hört man das auch. Aber wenn ich nach 22 Uhr auch nur auf die Idee komme, aufnehmen zu wollen, dann schließe ich das Fenster, weil ich weiß, es schallt. Weil es ist so anstrengend, weil nachts ist dann die Zeit, wo ich das Fenster aufmache, damit es ein bisschen kühler wird. So, als Hinweis, ne, wenn es zu warm ist, immer schön tagsüber das Fenster geschlossen halten und besten noch Vorhang oder Rollo runter und nachts dann Fenster aufmachen und ein bisschen lüften. Weil dann wird es nicht so warm in der Wohnung.